hey der doofen pender von mir hat jetzt ja ich weiß nicht warum rennen die alle mit awesome pokémon rum die hatten ten toxa da ist ein meve ich will das meve ich bring dich um das habe ich auch schon gesehen aber das bringt dich um warte ist das creature ich weiß ich weiß was eingefallen wenn wir hier die möglichkeit haben gegen lenken derer zu kämpfen falls wir die möglichkeit haben können wir ja nicht davor speichern du sagst ekelhafte aber absolut korrekte sachen ja wir machen uns zwei accounts mit denen wir pokébälle farben meister bälle hört sich super wobei ich will gar keine legendären pokémon noch nur langweilig ich bin es auch nicht so und hat diese treppe auf den richtigen welcher hat was noch mal da kann die bestimmt voll gut verkaufen wenn man welche hat ja man kann ja im chat verkaufen die alle gegen pokémon alter der penner hat noch auf die verkaufen so richtig die rocket spaßdienst warte mal ich habe so knapp überlebt ja mann warum gritten alle gegner mich ja ich hatte vorhin meinen ersten und einzigen grütt wenn der high crit ratio attacke ich glaube racer lief hat high crit ratio oder kritik und behindert wo waren etems etems die etems die etems die guten etems euch schlechten ich weiß wo die etems war erstmal die arena gehen einmal aber die arena das aber nicht die mischung zwischen original und man ich will endlich mal dass man fucking pittschioto eine bessere flug attacke lernt das mit jato ja oder bis 37 also eine lärmsluft ein level nach seinem nach seiner entwicklung super vielleicht solltest du es dann ein weiß was ich meine ich weiß dass du schnabel kannst goldini ich bin nicht behindert achndext wann warte mal ich fragte keine klein vizep h compte modern rà schod aber ich weiß nicht aber warum ist es schon immer so dass fetter dance den angriff vom gegner runter macht fetter dance dauernden reichen macht angriff runter ja glaubt schon ach das ist dauernd das ist ja mein freund das kann leider nicht schnabel ich kann schnabel one hit das heißt one hit okay oh gott dass das icicle spiel da soll ich drücken das kein eis ich triff auf racer nein es hat die gute verteidigung ich bin im arsch das geht ja ich habe alter wenn ich ein noch schon hätte ich will das echt ruhe nennen ich kämpfe jetzt nicht gewiss ich bin doch nicht behindert warum haben die alle fucking level 18 war champ jetzt da wie kann auch sicher wahrscheinlich du kinesen jetzt hier ist da mir glaube ich wollte mit welchem level war ein iwesor ich weiß es nicht ein quapsel das kriege ich das geht doch mal nicht ich habe ein schilder geworfen kann typen nein kann sie das ist schneller schneller das ist aber nicht so war nicht so one punch so die arena schaffe ich aus oder ist das was sie ich habe zwei pokémon mit sagt nein heißt es eigentlich kann schnell aus das andere ist der kaputt ja okay ich habe glaube ich du you know where i can buy a controller for this gaming console the cigarette dreamcast ja im internet natürlich bist du raser lief bei einem arena kampf aber ganz ehrlich natürlich mit zweimal hintereinander aber solange der gegner nur drachen wie heißt es hat das deutsch mit hose wenn große ist das was sie da ist immer diese wien tun als ob das gerade überlebt hat leck mich doch nicht liegt die gegner jetzt kaputt so ein und kopf ich bin ein bisschen überrascht dass sie kein etwas entwickelteres problem hat also klar die ist da mir aber das name wird mich das ich habe doch angegriffen oder icy wind übernehme ich das warum kreis kann einfach ich hasse es zu den folgen bekämpft wieder los ariade aus dass im sicher pokémon das machst du ich bin ein gift pokémon ich sollte sich noch mal überdenken erst mal ein shadow sneak rein und gucken wie viel das macht richtig einmal mal rein hauen aber ich hatte so habe ich ja noch mal ein radikal mit sagt also alles ist gut der server leckt wirklich der kampf ist jetzt über ja bei mir leuchten aus league ist ein guter three hills aber wahrscheinlich werde ich jetzt sei schock server hör auf mich in den beinen auf mir aufs bein zu pinkeln hör auf mir das wein wir brauchen marcy wieder der lenkt ein bisschen davon hat dass wir zu behindert sind zu besprechen das radikalien bonus 7000 von dem ist level 20 9 anstatt arschloch der sache kann jetzt hört die kampfmusik auf und fängt es nicht gut dass vielleicht gerade eine hat in der arena die gleiche kampfmusik bei normalen kampfmusik von der halben stelle auf zuckerpatsch geklickt geht jetzt was ist sie das ist nur zu jeder was geht nicht ich glaube wir sollten pause machen nein schon viel zu früh die pausen es haben jetzt natürlich überlebt ich kann mich nicht bewegen weil die wird jetzt wahrscheinlich heilen oder macht die das es hat schon wieder mit einem kapitel überlebt übrigens sehr cool wie sieht aus war ja auch nicht ja fack du bist ich brauchte ich nicht mehr ich weiß es machbar die frage aus und weil ich ungefähr eine minute lang brauchen durch eine treppe zu kommen ja okay das macht das